Ja hallo ihr Lieben, ich bin Tristan Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach in Hamburg, Berlin in der Nähe von München, Diplompsychologe und vieles mehr und genau, ich fange heute mal eine neue Reihe an, weil es ja doch viele neue Abonnenten gibt, ob jetzt hier oder auf Instagram und die müssen hier auch mal so ein bisschen abgeholt werden und manchmal ist auch ganz gut mal wieder sich die Basics nochmal anzugucken, also es wird so eine Basic-Reihe werden und wir fangen mal heute an mit dem Thema Liebeskummer. So, vorab nochmal kurz, das Buch ist da, hat so drei Teile, wird auch nochmal, vielleicht nochmal extra was zu machen, genau, mache ich nochmal extra was zu, freue mich über Rezensionen und holt es euch, bisher waren alle sehr begeistert. Ja, genau, Thema Liebeskummer und ich wollte es auch verknüpfen mit den Angeboten, die ich habe, Liebeskummer ist halt Modul 0, Modul 0, weil, also eigentlich fängt man ja bei 1 an, Modul 1, aber manche kommen halt direkt aus einer toxischen Beziehung und haben sich gerade getrennt, deswegen Modul 0 sozusagen als Vorlauf, weil es ja diesen schlimmen, toxischen Liebeskummer gibt in diesen Beziehungen so, ne, also es ist ja schon so, dass die Beziehungen nicht gut laufen und die Trennung laufen entsprechend auch nicht gut, man kann ja denken, da läuft die Trennung gerade gut, aber es ist ja nicht so und weil man, toxische Beziehung ist ja fast ein, also nicht nur, aber auch ein Synonym für so Suchtbeziehungen, Liebessucht meine ich damit jetzt, wo man, aufgrund von so heiß-kalt und Achterbahn und und off und wo man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber so eine starke Abhängigkeit entsteht von diesem Partner und wenn man da rauskommt, dann, ähm, erstmal vielleicht kurz fühlt man sich besser, ähm, so ein, zwei Wochen und dann setzt dieser, äh, ja, total ätzende Liebeskummer ein und dann ist auch häufig der Moment, wo dann der Minuspol, wie ich das ja dann so nenne, sich wieder meldet mit, ähm, ich vermisse dich oder, ähm, hallo oder ich bin krank, können wir mal reden oder irgendwelchen Varianten. Davon, äh, und man, äh, ja, schnell erstmal gucken kann, wie da drin hängt, so und, äh, Modul 0 bei mir auf liebeschiff.de, allermeisten Leute kommen darüber rein, glaube ich, äh, dreht sich halt um dieses, diese Frage, was macht man dann, ne, also es behandelt dieses ganze Thema, warum Null Kontakt so wichtig ist, ähm, ähm, ja, also, immer wieder mit dieser Suchtanalogie, ne, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt aufhören will zu trinken und so weiter, äh, macht das vielleicht auch nicht so viel Sinn, wenn ich dann auch weiter, ähm, ja, sozusagen weiter, also wenn ich mit Bier aufhöre, dass ich dann noch weiter Schnaps trinke, also das geht darum, was, was ist, was heißt überhaupt Null Kontakt, warum es nur, warum es zum Beispiel auch, äh, Facebook stalken eben nicht Null Kontakt und, äh, genau, das schauen wir uns da alles mal gepflegt an in diesem Kurs, ähm, dann gibt's noch das Thema, ich muss auch mal gerade reingucken in den Kurs, äh, Bänder trennen, also, äh, das ist, ich wisst ja alle, dass ich nicht nur großer Freund der Psychologie bin, äh, in allen ihren Schattierungen, sondern auch, ähm, manchmal, ja, wenn man es so nennen will, spirituelle Aspekte mit reinnehmen und es gibt eben im Bereich Liebeskummer gibt's eben diese Übung Bänder trennen, die aus dem spirituellen Bereich kommt und, ähm, ja, die für mich eine, auch, äh, einer der ersten Sachen war, wo ich sagen würde, boah, Spiritualität hat da echt was zu bieten, weil, äh, diese Übung Bänder trennen, also, da habe ich wirklich unzählige Nachrichten gekriegt, was für eine Wirkung die hatte, äh, was für krasse Auswirkungen, die auch im Außen hat, ähm, weil das dann auch dieses Bänder trennen auch einen Einfluss hat auf euren Ex irgendwie so, ähm, und, ja, das ist einfach, äh, und auch selbst wenn man nicht an Spiritualität nichts anfangen kann, was total in Ordnung ist, äh, sag ich trotzdem, macht einfach die Übung und guckt einfach, ob sie euch hilft, ne, ich meine, was hilft, das hilft irgendwie, ne, fertig, und, äh, diese Übung, die hilft einfach wahnsinnig viel, ich will jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen, ähm, es gibt zu dieser Übung jetzt in dem Kurs auch noch so vorbereitende Übungen, die man noch macht, äh, wo man gleich so ein richtiges Mindset reinkommt, wie man auf diese Ex-Beziehung schaut, und, äh, also dieses Bänder trennen, ähm, hilft halt dabei bei diesem Phänomen, dass man vielleicht schon auf Nullkontakt ist, aber trotzdem das Gefühl hat, ich verliere weiter Energie jeden Tag, ähm, ich fühle mich irgendwie weiter wie ausgelaugt oder ausgesogen, und, äh, dieses Bänder trennen eben auf so einer energetischen Ebene dafür sorgt, dass, dass dieser weitere Energieabfluss halt, äh, gestoppt wird, so, ist eine sehr einfache Übung, aber, ähm, unglaublich mächtig, kann ich seine Erfahrung sagen, und wenn man seinen Ex nicht schon geblockt hat, was ich ja häufig empfehle, ähm, ist das der Punkt, wo der sich dann auch häufig nochmal meldet, häufig direkt nach dem Bänder trennen oder einen Tag danach, das ist wirklich unfassbar, aber man sollte diese Übung natürlich nicht machen, verstehen, manche, glaube ich, ist ein bisschen falsch, damit sich der andere wieder meldet, nein, ihr wollt ihn ja loslassen, ne, genau, und, äh, aber, ja, das ist halt, äh, die Übung Bänder trennen, so, die es da gibt, so. Dann, ich guck da mal grad nochmal rein, und dann gibt's halt die berührte Rote-Kreuz-Übung, sag ich jetzt mal gar nicht so viel für, da geht's darum, eben auch in Gedanken auf Nullkontakt zu kommen, das kann man so richtig üben, und, äh, Rückfallprophylaxe, und da gibt's noch ein Thema, was man ja häufig hat bei so krassen Liebeskummer mit dem Ex vom Sockel stoßen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und, ähm, ja, und man kann auch mal, dann nochmal eine Auswertung machen zu diesem Kurs, genau. Das ist Modul Null, das ist Thema Liebeskummer, also Liebeskummer ist, äh, wenn man da durchgeht und auch dann nicht gleich wieder reingeht in eine neue, toxische, vielleicht toxische Beziehung, und überhaupt einfach diesen Liebeskummer mal aushält und, und Single bleibt eine Zeit lang, ähm, ist wirklich ein großer Teil des Weges, das, der Umprogrammierung des Liebeschips, was ja quasi heißt, äh, sein Beuteschema zu verändern, in glücklichere Beziehungen zu kommen, und, ähm, ja, das ist mein zweithäufigst verkauftes Programm, Modul Null, ähm, schon super viele Menschen, ähm, gebucht und, äh, für hilfreich gefunden, kann ich aus den, äh, aus den Auswertungen sehen, und, ja, ist einfach ein super, Einstieg in mein Programm, genau, soweit mal heute dazu, es gibt ansonsten auch noch die Wohlfühl-Challenge, als ganz neues Programm, was bei mir losgeht am 20. April, kannst du gerne mal reingucken, gibt's gerade so einen Frühbucherpreis, und, ähm, ich, wann lade ich das wieder hoch, am Sonntag, glaube ich, Sonntagabends sehen wir uns auch gern auf Twitch, ich werde jetzt erstmal diese Serie weitermachen, und die fortgeschrittenen Zuschauer, ähm, kommt gern in die Live, äh, Geschichten rein, dass, äh, ich werde da jetzt auch, ähm, auf Twitch bin ich ja immer sonntags, und dann auch jetzt wieder mittwochs, wie üblich, und auf YouTube, ähm, ist das jetzt geplant, immer Freitagabends, so, auch ein bisschen später vielleicht, 20.30, 21 Uhr, müsst ihr mal gucken dann, äh, genau, wunderbar, und wir werden's Volker sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017